Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Ultimate Spider-Man. Ja, was gibt's für zu sagen? Ja, Chapter 3. Wow, der schießt. Du dumme Sau. Danke. Der auch. Bam, wie ich das wusste. Ey. Das war nicht nett. So. So, so machen wir das. Da kommen wir nicht hoch, aber hier kommen wir hoch. Jo, danke. Ich denke mal, dass wir da hoch müssen. Ja. Da unten ist leider auch nicht mehr. Och. So. Da sind noch welche. Danke, das war, das war eine geile Sache. Und bam, tot. Aufs Maul. Wir müssen mal wieder Geiseln rescue und so, wie ich das sehe. Danke, das war geil. So. Du bist tot. Du bist nicht tot. Bam. Tot. Und danke. Und tot. Aua. 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 So. Du kommst her, du bist tot. Super. Da unten ist noch irgendwo eine Geisel. Hier holen wir uns mal wieder Netzflüssigkeit. mit. So. Danke. Geil. Ach, Alter. Machen wir es halt so. Ähm. Hier hoch. Oh. Alter. Bist du da runtergefallen? Oh, du bist schon tot. Auch gut. So, du kriegst hier noch aus dem Maul. Boah, sind das viele. Mann. Ach. So. Da sind die Geiseln. Danke dafür. Elektrischer Barriere abgeschaltet. Und weiter geht's. Ab nach oben. Ja. Hier ist noch einer. Der gibt mir ein Leben. Danke. Ha. Ich bin da hochgekommen. Geil. Ähm. Und tot. Da hinten ist ein Pfeil. Ein wunderschöner Pfeil. Uhuhu. Pfeil. Und weiter geht's. Hi. Buff. Jo. Baaah. Der ist da runtergefallen und gestorben. Das ist so schön. Baaah. Ups. Das wollte ich nicht. Das war nicht letztes. Alter. Oh. Jo. Jo. Geil. Ähm. Alter. So. Im Flug habe ich den noch abkratzen lassen. Hier gehen wir hoch. Super. Ähm. Basie. Den habe ich zu spät bemerkt. Schauen wir uns mal dahinter. Geil. Und tot. Eben das Mikro lichten. Ähm. Ich finde das lustig, wenn man einen wegtritt, dass der andere da mit umfliegt. Komm her. Diese Pistolenmänner sind mies. Die. Die sind absolut asozial. Aaaaaah. Aua. Ähm. Alter. Danke. Gibt es hier oben noch was? Nein. Da kommen wir doch her. Gott. Es sind viel zu viele hier, ey. Wie viele sind denn hier? Jo. Geile Scheiße. Geil. Ich bin tot. Wuuu. Super. Gott sei Dank können wir hier weitermachen. So. Hier oben waren wir schon. Da wissen wir, wie das aussieht. Den machen wir so kaputt. Hier gehen wir runter. Und dann treten wir den da runter. Dann ist der tot. Und den treten wir da zwar runter, aber dabei geht er nicht drauf. Also auch egal. Aua. Den habe ich schon wieder vergessen gehabt. So. Der ist weg. Hier ist noch einer mit einer Basie. Bam, bam, tot. Wupp, wupp, tot. Wupp, 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 tot. War man nicht. Aber jetzt. Ähm. Da mal eben. So. Geguckt. Aber das war das, wo wir schon waren. Wupp. Da kommt der mit der Basie. Und jetzt gehen wir dem so aufs Maul. Aaaaah. Aua. Aua. Alter. Halsmaul. Hoch. Runter. Verdammt. Das war das Feuer, wo ich reingelaufen bin. Aha. Woa. Aua. Scheiße. Also irgendwie kommen wir nicht voran. Damn. Da oben waren wir doch schon, oder? Ja, klar waren wir da oben schon. Aber ich möchte da nochmal hin. Weil es das da oben gab. Oh, verdammt. Das wollte ich nicht. So, das holen wir uns. Du bist hier unten gerade gestorben. Und weiter runter. Diesmal habe ich dich nicht vergessen, Kollege. So. Direkt weiter. Nicht anhalten. Wir kriegen eh nur aufs Maul. Das ist nett, dass du gestorben bist. Geil. Komm her. Mano. Danke. Und Spidey Kick. Bam. Tot. Wow. Warum dückst du dich? Du dumme Sau. Kommst du? Danke. Dann nicht. Dann komme ich halt zu dir. Ich kriege das mit diesem Schwingen immer noch nicht so geil hin. Gut, dass du ins Feuer gelaufen bist. Aua. Und du kriegst du mal bitte aufs Maul. Und du kriegst jetzt auch aufs Maul. Aua. So wollte ich das eigentlich machen. So wollte ich das eigentlich machen. So. Der ist da runter geflogen. Und dem treten wir jetzt auch noch die Fresse ein. Danke. Ähm. Ja. Da kommen wir nicht hoch. Da kommen wir hoch. Oh scheiße. Ey verdammt. Mann. Das pisst ein bisschen die Ecke hier. Ein bisschen geht mir das auf den Sack gerade. Zack. Die beiden umhauen. Jetzt kommst du. Schön, dass du gestorben bist. Aua. Das war nicht nett. Geil. So. Und der noch. So. Hier rüber. Geh umgehauen. Ähm. Ja. Da hoch. So. Und du noch. Also das Netz hält meiner Meinung nach auch viel zu kurz. Aber hier ist eh nichts mehr. Also gehen wir weiter. Ähm. Du noch. Da ist anscheinend doch noch was. Sonst. Wäre hier ja wohl keine Sackgasse. Da oben jetzt weiter. Ähm. Aua. 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 Machen wir es doch so. Klettern hier lang. Klettern hier hoch. Ich bin hoch. Wie hoch ist denn dieses Lagerhaus. Hier sollen irgendwo Rescue-Dingens-Typen sein. Mann, du dumme Sau Ey Boah, das war knapp Gut, dass da volles Leben stand So Da oben ist noch eine Geisel drin, sagt mir mein Lieblingskompass Bam Und du bitte auch noch? Dann nicht, auch gut Da oben sind noch mehr Geiseln drin, sagt mir mein Kompass Da Alter So Und da oben sind auch noch Mhm, danke, hier hoch Was ist das für ein Ding, was da mitten in der Luft hängt? Boah, Alter Mann, ey Diese Basie-Typen sind echt mies Bevor du mich abknallst Verpasse ich die Sonnendingen Hol dich hier runter Und du stirbst Zack Oh, das war geil Da ist mir direkt ins Feuer gehüpft Ähm Ich mach eben mal ganz kurz einen Schnitt Weil mir ansonsten Fraps wieder so ellenlange Teile packt Und dann automatisch einen neuen Teil anfängt Der dann so mittendrin aufhört Und dann meistens noch ein paar Sekunden Videopause hat So Da ist noch einer mit der Basie Guckst du rüber Danke So Hier hoch Das hab ich inzwischen raus Wow, das sind viele hier Bam, bam, bam Mit den Tritten durch die Luft Es macht keinen Sinn, sich dieses Leben zu holen Hab ich gerade beschlossen Das ist so asozial Dass sie mich am Anfang direkt treffen Bist du gestorben? Ja, du bist gestorben Gut Volles Leben Defeat the Gunman Töte die Oh fuck Oh fuck Alter Gott, wie viele sind denn das? So Den hauen wir so um Den hauen wir so um Und den geben wir so aufs Maul Letzter war da hinten Ach man, ey Jetzt aber Und in die Barriere rein Wunderschön Das machen wir kaputt Elektrische Barriere abgeschaltet Und durch Pfeil Schöne Musik Und Durch Die haben alle Verschocker gearbeitet Ich glaube nicht, dass jemand so dumm wäre Ich muss Herausfinden, wer hier die Fähne in der Hand hält Und wirklich hinter dem ganzen steckt Issue 1 haben wir geschafft Small time Dann sind wir jetzt bei Issue 2 Frenzy Ja und logischerweise sind dann auch alle Chapter Gesperrt Bis auf das erste Gut Wir sehen uns im nächsten Teil von Letzplay Ultimate Spider-Man Bei Yara Heiz und LP Und ich sage bis dahin Tschüss